Ich möchte noch einer den Namen des Künstlers nennen. Johnny Cash. So ist das. Dankeschön. Das ist eine Ausnahme, aber das sind mal nicht vertrete Kippen. Die nächste Nummer ist wieder von uns. Die ist ein klein bisschen trauriger, wo ein paar ruhige Klänge und langsame Klänge hier anstoßen. Und zwar ist die The Shining Light, die beschreibt, das traurige Ende eines Verliebten ist, die er nicht erwidert wird. So beliebt er sich auf eine Weise in die bessere Welt. The Shining Light. 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 Und in the darkest night I see the light That shines so bright And then I walk alone Along the streets Into the shining light Into the shining light Why did you leave me Why did you leave me Why did you leave me Why did you hurt me Why did you break my heart What you have done What you have done To hear me I am dirty I'm dirty I'm dirty Das liegt daran, dass wir noch zu wenig getrunken haben. Deshalb erheben wir noch mal zusammen unser Glas. Prost! Wir kommen nämlich aus Greifswald. Da muss man natürlich beim Fahren nüchtern sein. Das ist das Problem. Und dadurch, dass wir unsere Fahrer und Fahrerinnen unterstützen wollen, sind wir natürlich alle nüchtern. Definitiv. Den nächsten Song, den wir mitgebracht haben, den beginnt Sascha. Und zwar heißt der Witness of Reality. Ich stelle an dieser Stelle schon mal unser T-Shirt vor. Das hier übrigens ist das Hannah-Chart. Hier zu erkennen, in der Größe XL, die fallen etwas kleiner aus. Aber eine XXL haben wir nicht mehr vorrätig. Aber eine XL sollte auch dem gestandenen Herrn passen. An die Schulter gepinnt, extra ein Button. Die sind übrigens Unisex und Einheitsgröße. Und wie gesagt, T-Shirt 99, Button 50, Setz. Nur noch mal erwähnt. In der nächsten Runde stellen wir auch noch die Gold-Dichhirts vor. Robert wird sich auch extra noch mal anziehen und tragen, nach der Pause zu zeigen, wie sie sitzen. Es lohnt sich also hier zu bleiben. Sagen wir mal, er beginne. Wir spielen sonst eigentlich eine recht harte Version. Wir haben gedacht, an Klang müssen wir das mal anders machen. Wir können mal sagen, wie es Ihnen gefällt. Wir können mal sagen, wie es Ihnen gefällt. Also gibt es das mal bewusst, weil wir den bünen können. Aber ich hoffe, es ist tatsächlich ein Klaaske. Because you have to try the best, you'll try the best for everyone He sings like a stranger, traveling around the world But nothing about his mind, he's the witness of reality Take a look through his sight, and you will recognize Them mistakes of society, he's the witness of reality He watches all the landscape, and some still have the young ones there And the voice no flow away, look at them out here and shout Take care of your family, protect your life I don't believe he can't change the world Cause what moment he comes afraid of the rest of it He sings like a stranger, traveling around the world With nothing about his mind, he's the witness of reality Take a look through his eyes, and you will recognize Them mistakes of society, he's the witness of reality When you ask the people what they expect from life You might hear their answers, these are rich or full of emotion But there's a guy who's walking down the street